Im Wohnmobil. Gehen wir mal zum Wohnmobil. Gehen wir rein ins Wohnmobil. Steuerpult. Cool. Ne, mach gleich. Dankeschön. Oh. Geh. 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 Lilly! Come back here, you crazy bitch! Fuck! Stop! Let's focus on the train. Gut, we're fucked if we don't figure out how this thing works. Can't spend the night out here. Duck is still sick, you know. We need to get to the city, the coast. Tja, Duck wird sich aber auch nicht verändern mehr. Jetzt kann ich wieder. Ich habe für eine kurze Zeit nicht gehen können. Ich habe für eine kurze Zeit nicht gehen können. So, ich habe einen Bleistift und ich habe einen Stadtplan. ein Plan. Ein Plan. So, da hast du mal deine Karte. Wir müssen rausfinden, wie man ihn startet. Ich bin sicher, dass wir ihn ausprobieren können. Ich bin sicher, dass wir ihn ausprobieren können. Wie hart könnte es sein? Keine Idee. Aber wir werden herausfinden. Das ist der Spirit. Gut. Notizblock. Perfekt. Kannst du es jetzt lesen? Ja. Du solltest einfach nur die Schritte folgen, um das Auto aufzunehmen. Das klingt gut. So, ich zeichne mir das einmal auf. Das werden wir sicherlich brauchen. Motorstart. Nennt sich das Ganze. Und zwar 6. Ist das hier unten. Noch einmal hier unten. Und oben. Noch einmal oben. Oben. Unten. 5 ist. So. Und so. 9. Ist in die Richtung. Und dann. In die Richtung. Okay. Dann gucken wir mal. 5. 6. 6 haben wir hier. Unten. Unten. Oben. 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 Unten. Nein. Unten. Unten. Und oben. 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 Hmm. Oben. Oben. 9. Ist das da draußen? Im ersten war das glaube ich, oder? Ja. Einmal so rüber. Und einmal so rüber. Ja. Nenn mich Meister. Des Abschreibens. Ja sind wir. Ja, wir sind. Gold. Man, das fühlt sich gut an. Lass uns das mal genießen. Mama, schauen wir, ob sie sich bewegt. Es ist alles deiner. Verdammt. Natürlich. Wir sind immer enttäuscht. Kannst du herausfinden, wo wir befestigt sind und uns nicht befestigt haben? Ja. So, Dark, benutze ich nur irgendetwas. Was? Rein damit. Oh, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Cool. Cool. Kupplungsstange. Kupplungsstange. Probier mal. Ne. Okay, ich müsste das quasi aufhebeln. 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 Hm. Schauen wir mal, was das richtige Werkzeug ist dafür. Zum Aufhebeln. Da hat die Türe hier. Hm. Bolzenentferner. Schraubenschlüssel. Universalschlüssel. Ich nehme jetzt den einmal. Ich glaube nicht, dass ich alle drei mitnehmen kann. Das ist ja wahrscheinlich wie in der Scheune sein. Wo ich original eines mitnehmen kann. Und das war's. Nehme ich jetzt einmal stark an. Wenn nicht, könnt ihr mich steinigen. Na komm. Hey cool. Haha. Hey Kenny, wir sind los. Geil. Geil. Gleich das richtige Werkzeug von Anfang an genommen. Geil. 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 Ja, aber es war das einzig Sinnvolle für mich, ne. Geil. Huch. Wer ist das? Danke, Sean. Ich habe mir gedacht, dass du dich ausfüllen. Was? Aber ich konnte mich nicht mehr so machen. Ich fühle mich ein bisschen nervös. Die Leute machen das. Ich habe schon alle von außen gesehen. Sie haben mich sofort schnell in der Sonnacht. Du kennst Chuck? Ja, ich habe es gemacht. Es ist so schön, dass jemand normaler für eine Veränderung zu treffen. Er hat uns Kandy gegeben. Ben auch. Vielen Dank. Hast du das gemacht, Kitty? Ich habe sicher gemacht. Der Mann hat meine Liebe auf der Straße. Das ist sicher. Ich bin sehr entschuldigt, dass dein Kind nicht gut fühlt. Ich bin sehr entschuldigt. Ich bin sehr entschuldigt. Danke. Wir wollen das gleiche machen. Warum halten wir uns auf die... Bleib mit uns. Wir wollen die Firma. Schwierig. So, Clementine. Chucky, das Kandy, die Chuck gab es dir, hat es gut gemacht? Es war wirklich gut. Keine Lust mehr? Nein. Der Trenn ist cool, oder? Ich glaube, es ist ein bisschen schrecklich. Hey Chuck. Honey. Woher bist du? Du bist hier? Georgi, du hast gesehen, wo ich live. Warum bist du allein? Warum nicht? Wir sehen uns gut. Okay, dann. Entschuldigung. Ich liebe dich mit euch. Es ist schön. Du hast uns auf ein schlechtes Tag. Du hast noch ein paar Kinder. Und das ist ein guter Geist. Dankeschön. Das ist ein bisschen was. Ich spreche dir später. Ich hoffe so. Entschuldigung über das RV. Ich bin überrascht. Wir sind wirklich auf uns selbst hier draußen. Wir haben ein bisschen Zeit in diesen Trenn. Schmerz kommt, schmerz. Ein Boxcar ist sicher genug, um zu schlafen. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Wie geht's dir, Ben? Ich sehe die Mädchen und nicht auf einem mega coolen Trenn. Was denkst du? Wie geht's dir, Ben? Ich sehe die Mädchen und nicht auf einem mega coolen Trenn. Was denkst du? Wie geht's dir? 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 Ja. Wichtig. Wir haben noch nicht mehr. Also, gammel was du hast. Lass uns gehen. Ich sehe dich. Hmmmm. Tja, das hättest du bei Lilies Vater auch sagen sollen.